Hi, hier ist Elvis von Anifocus. Heute schauen wir uns den Anime Journal of the Mysterious Creatures von 2019 an. Den gibt's auf Crunchyroll zu sehen, allerdings scheinbar nur auf Japanisch. Nichtsdestotrotz, Spoiler voraus und viel Spaß, Freunde! Das Leben von Hao Ren, einem gewöhnlichen Mann mit außergewöhnlicher Freundlichkeit, nimmt eine unerwartete Wendung, als er eines schicksalhaften Tages auf einer Parkbank ein Nickerchen macht. Er wird von einem süßen Mädchen geweckt, das ihn nach dem Weg fragt, weil sie sich verlaufen hat. Zu Hao Rens Überraschung sucht das Mädchen sein Haus, da er es vermieten will. Hao Ren beschließt, das Mädchen zu seinem Haus zu bringen. Auf dem Weg zum Haus von Hao Ren stellt sich das Mädchen als Liu Lilly vor. Hao Ren ist überrascht, weil Liu Lilly ihm so leicht vertraut und nicht einmal Angst hat, betrogen oder entführt zu werden. Nachdem der Bus sie abgesetzt hat, machen sie sich auf den Weg zum Haus von Hao Ren. Auf dem Weg dorthin gibt sich Liu Lilly zu erkennen und hebt eine schwere Tasche, die Hao Ren völlig verwirrt. Ein Hauch von Geheimnis umgab sie, der sich noch verstärkte, als sie ein mysteriöses Mädchen namens Vivian wie aus dem Nichts auf einem nahen Dach auftauchte. Liu Lilly zwang Hao Ren zu gehen, da sie einige zwielichtige Geschäfte zu erledigen hatte. Doch unser Junge, der ein wahrer Gentleman ist, war nicht bereit, sie allein zu lassen. Bald darauf verwandelt sich Liu Lilly in einen Wehrwolf. Dann wird sie von Vivian angegriffen. Das Mädchen lenkt ihre Aufmerksamkeit auf Hao Ren, bevor Liu Lilly sie dazu bringt, wegzulaufen. Liu Lilly beschließt nicht, zu Hao Rens Haus zu gehen, aber er will nicht, dass sie nachts auf der Straße schläft und beschließt, sie nach Hause zu bringen. Er zeugte das Haus und sagte, sie solle ihn anrufen, wenn sie etwas brauche. Am nächsten Morgen wird Hao Ren durch die Schreie von Liu Lilly geweckt, die sich vor Hao Rens Katze Rolli fürchtet. Dann erzählt sie ihm von dem Fernseher, der nicht funktioniert hat. Hao Ren glaubt, dass es sich um einen Verbindungsfehler handeln könnte, doch als Hao Ren die Vorhänge aufzog, kam der wahre Übeltäter zum Vorschein. Ein Schwarm Fledermäuse vor dem Fenster. Überraschung, Überraschung, Vivian war zu einem weiteren Besuch zurückgekehrt. Sie nimmt Hao Ren in die Zange und sagt ihm, er solle weglaufen, denn sie werde sich um Liu Lilly kümmern. Die beiden fingen an zu kämpfen und zerstörten dabei Hao Rens Eigentum. Hao Ren schreitet ein und hält sie auf, indem er ihnen sagt, dass sie für alles, was sie kaputt machen, den zehnfachen Preis bezahlen müssen. Es stellte sich heraus, dass sich das Mädchen für Hao Rens Haus interessierte und deshalb war sie dort. Als ihr Magen zu knurren begann, bereitete Hao Ren sowohl für sie als auch für Liu Lilly etwas zu essen vor. Hao Ren, der nette Kerl, der er ist, bietet ihr ein Zimmer an, sehr zu missfallen von Liu Lilly. Daraufhin kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Damen, bei der Liu Lilly einen Tisch zerschlägt. Ups. Liu Lilly erkannte, was sie getan hat und war bereit, für den Tisch zu bezahlen. Hao Ren nahm Vivian mit nach oben, um ihr das Zimmer zu zeigen, in dem sie wohnen würde. Vivian wollte zuerst die Miete bezahlen, aber sie hatte das Geld verloren. Sie brach in Tränen aus und unser Junge beschloss, sie vorerst ohne Mietzahlung wohnen zu lassen. Vivian hatte eine bessere Idee. Sie bot an, jeden Tag für Hao Ren und Liu Lilly zu kochen. Später, als Vivian für sie kocht, finden sie das Essen äußerst köstlich und Vivian freut sich über die Komplimente, die sie von ihnen erhält. Gerade dann erhält Hao Ren einen Anruf von jemandem. Bei dem Anrufer handelt es sich um einen Interviewer, der Hao Ren zu einem Vorstellungsgespräch für einen Job eingeladen hatte. Hao Ren macht sich auf den Weg dorthin und erhält erneut einen Anruf von der Interviewerin. Sie sagt ihm, er solle seine Hand auf eine Stange in seiner Nähe legen und den Pfosten drücken. What the? Aber das ist noch nicht alles. Sie fängt an, ihm Anweisungen zu geben, als würde sie eine GPS-Anleitung geben und dann sagt sie, jetzt schau nach oben. Und zack verlässt Hao Rens Seele praktisch seinen Körper, als er ein gigantisches Gebäude am Himmel sieht. Die Interviewerin sagt Hao Ren, er solle seine Hand heben und nach oben schauen und als er das tat, wurde er zu diesem Gebäude gebracht. Als Hao Ren seine Augen öffnete, fand er sich vor einer riesigen Tür wieder. Dort führte ihn eine Kreatur aus Licht zu einer weiteren Tür und verschwand schnell wieder. Als Hao Ren hineinging, fand er die Gesprächspartnerin, die ihm verriet, dass er sich im Büro des Knotens EN 35 von Space, Special Administration of Sealing Empire, befand. Sie stellte sich als Raven, seine zukünftige Chefin, vor. All diese Informationen waren für Hao Ren schwer zu verdauen. Raven erklärte Hao Ren dann das Unternehmen und sagte ihm, dass die Hauptaufgabe ihres Unternehmens darin bestehe, den weltweiten Zusammenhalt zu fördern. Hao Ren wurde als Ravens Prüfungsassistent für das Büro ausgewählt. Seine Aufgabe wird es sein, Kleinigkeiten im örtlichen Bezirk zu organisieren, zum Beispiel einige Rassen daran zu hindern, die Welt zu zerstören oder die Entwicklung von Himmelskörpern zu planen. Sie erklärt Hao Ren, dass seine Aufgabe aus zwei Teilen besteht. Die erste ist die Unterbringung einiger Mieter und die zweite ist, dass er helfen soll, hinter Raven aufzuräumen, wenn sie dritte daran hindert, die menschliche Evolution künstlich umzukehren. Hao Ren muss seine Mieter von Ärger fernhalten. Aber jetzt kommt der Clou. Wenn Hao Ren sich entschließt, diesen außerweltlichen Karriereweg nicht einzuschlagen, werden seine Erinnerungen an die letzten zwei Tage gelöscht und Raven wird seine Mieter mitnehmen. Nun, niemand will seine Mieter verlieren, also beschließt Hao Ren in weiser Voraussicht, den Job zu übernehmen. Raven übergibt Hao Ren ein Ernennungsschreiben, das er nach langem Überlegen unterschreibt. Später zu Hause erzählt er Leo Lilly und Vivian davon. Vivian ist erleichtert, denn Raven scheint nicht mit den Dämonenjägern zusammenzuarbeiten. Sie erklärt Hao Ren, dass Dämonenjäger-Hybridmonster mit halbmenschlichem Blut sind, die Jagd auf Ausgestoßene wie sie und Leo Lilly machen. Später macht Hao Ren ein Nickerchen, als er in einem ihm unbekannten Land aufwacht. Dort wird er von einer Horde Werwölfe gejagt, aber zum Glück weckt Leo Lilly ihn aus einem schrecklichen Albtraum. Es stellt sich heraus, dass er eine Handvoll Werwolf-Hare in der Hand hält, als wäre es ein Souvenir von der Reise. Als Vivian das Haar untersucht, kann sie keine dunkle Magie spüren. Sie versucht daraufhin, Hao Ren mit ihrer Blutmagie zu beschützen, aber es funktioniert nicht bei ihm. In diesem Moment erhält Hao Ren einen Anruf von Raven, der eine dringende Aufgabe für ihn hat. Hao Ren begibt sich ins Büro, wo Raven ihm eine hochwertige Ausrüstung übergibt, die er bei Gefahr während seiner Mission verwenden kann. Danach bringt sie unseren Jungen zum Verbesserungszentrum, wo er als neuer Prüfungsassistent einen Verbesserungstest absolvieren muss. Und du denkst jetzt wahrscheinlich, Verbesserungstest bedeutet das, dass er Superkräfte bekommen wird? Nun, ihr habt absolut recht, es ist der ultimative Jobvorteil. Ein Verbesserungstest war im Grunde eine gewöhnliche Körperanpassung, die ihm neue Fähigkeiten verleihen würde. Ein Sarker scheint vor, Hao Ren und Raven ermutigt ihn, ihn zu betreten, aber als er zögert, sagt sie, nein, du gehst rein und schubst ihn hinein. Der Sark beginnt sich zu drehen und der Test beginnt. Hao Ren wacht in dem Land auf, das er zuvor an seinem Traum gesehen hat. Es war eine andere Welt, denn sie hatte zwei Monde und war sehr kalt. Hao Rens spezielle Ausrüstung wurde aktiviert und war bereit, ihn zu führen. Sie sagte Hao Ren, dass er sich in einer Traumdimension befand, einem Parallelraum zur realen Welt. Die Ausrüstung, ein hilfreiches technisches Gerät, gibt ihm drei goldene Regeln. Erstens, wenn er in dieser Traumwelt ins Gras beißt, wird er auch in der realen Welt sterben. Zweitens, was immer er sieht, muss er als gegeben hinnehmen, ohne Fragen zu stellen. Und drittens, sollte seine Ausrüstung ein Taschenformat haben und nicht wie ein Ballon um ihn herumschweben. Plötzlich taucht eine Horde Wehrwölfe aus dem Nichts auf, bereit, sich auf unseren Jungen zu stürzen. Als ihn angriffen, wurde Hao Ren durch einen Schild geschützt, den er aus der Verbesserungskammer erhalten hatte. Dann begannen die Wehrwölfe zu heulen und riefen nach ihrem Anführer. In der Zwischenzeit gerät Hao Ren in Panik und fragt sich, was er tun soll, aber genau dann wird er vom Anführer der Wehrwölfe angegriffen. Zum Glück schützt ihn der Schild wieder. Der Anführer beginnt zu reden und fordert Hao Ren auf, seine Identität preiszugeben. Als Hao Ren auf seine Frage antwortet, weigert er sich ihm zu glauben und ist sauer, dass Hao Rens Schild ihm die Zähne ausgeschlagen hat. Hao Ren hatte eine großartige Idee. Er bot dem Anführer an, seine Zähne von einem Zahnarzt richten zu lassen, wenn er ihn in eine menschliche Siedlung in der Nähe bringen würde. Überraschenderweise stimmte der Anführer dem Vorschlag von Hao Ren zu. Der Anführer brachte ihn daraufhin in ein Gebiet, das dem Menschen gehörte und verschwand. Als Hao Ren eines der verlassenen Häuser betritt, beginnt es zu leuchten und strahlt ein Licht in den Himmel, dann verschwindet er von seinem Platz. In der Zwischenzeit stößt Leo Lilly auf der Straße mit einem Mann zusammen und ist überrascht, dass er von ihrer Kraft nicht umgeworfen wurde. Vivian hingegen hat das Haus mit einem Staubsauger geputzt. Als Leo Lilly nach Hause kommt, beschließt Vivian, sie mit ihrer neuen Staubsaugerbesessenheit zu ärgern. Zurück im Büro kehrt Hao Ren endlich aus dieser fremden Welt zurück. Raven erklärt Hao Ren, dass sie ihm alle überlebenswichtigen Fähigkeiten mitgegeben hat und sein Körper sich bald daran gewöhnen wird. Während sie ihn hinausbegleitet, teilt Raven Hao Ren mit, dass er für ein paar Tage nach Europa reisen wird, um einen neuen Mieter zu empfangen. Sie übergibt ihm die Tickets und unser Junge macht sich auf den Heimweg. In der Zwischenzeit verzaubert Raven das Wehrwolfsaar, das Hao Ren bei seiner kleinen Expedition erhalten hat und es verschwindet. Ja, da kommt etwas Böses auf uns zu. Unsere Gruppe ist mit dem Flugzeug auf dem Weg nach Europa zu Hao Rens Mission. Er muss einen Mann finden, der in Yorkford lebt und über den er keine weiteren Details weiß. Als sie in Yorkford landen, lässt Vivian eine Wissensbombe platzen. Sie hat früher hier gelebt, als die Stadt noch eine öde Einöde war. Wie lange ist das her, fragt ihr? Nun, vor Jahrhunderten. Die Gruppe konnte den Weg zu ihrem Hotel nicht finden und Vivian beschloss, Leo Lillys starke Nase zu benutzen. Leo Lilli konnte sie zu ihrem Hotel führen. Wer braucht schon GPS, wenn man die Nase eines Werwolfs hat? Die Mädchen sind sehr glücklich, nachdem sie ihre Hotelsuit bezogen haben, denn sie war gemütlich und angenehm. Sie ruhen sich aus und essen nach Herzenslust, doch Hao Ren unterbricht ihren Spaß, indem er ihnen sagt, sie sollten sich auf ihre Mission konzentrieren. Hao Ren aktiviert seine Ausrüstung, um den Standort des gesuchten Mannes zu erfahren. Allerdings konnte er die Karte nicht lesen, da seine Ausrüstung nicht aktualisiert war. In diesem Moment kontaktierte Raven ihn und nachdem sie von diesem Problem erfahren hat, aktualisiert sie Hao Rens Ausrüstung sofort. Später, beim Essen, spürt Vivian, dass mit ihrem patrouillierenden Ruf etwas nicht stimmt und sagt Hao Ren und Leo Lilli, dass sie in ihr Zimmer zurückgehen sollten. Da taucht Nang Gong auf, ein zufälliger Kerl, der sich ihrer Gruppe anschließt. Als sie nach Yorkford fragen, lässt er beiläufig die Bombe platzen, dass die Stadt von Geistern heimgesucht wird. Später warnt Leo Lilli Hao Ren vor der Anwesenheit eines Dämonenjägers im Hotel und alle ihre Pfeile zielen auf Nang Gong. In der Zwischenzeit entpuppt sich Nang Gong, der das Gespräch der beiden belauscht hatte, als Dämonenjäger. Doch Vivian lacht herzhaft und glaubt nicht, dass Nang Gong tatsächlich ein Dämonenjäger ist, da er ihn Fremden wie ihnen offen vorgestellt hat. Aber als Nang Gong versuchte, sich zu erklären, rutschte er schließlich aus. Doch unser Junge rettet ihn vor dem Absturz. Danach überzeugt Nang Gong Vivian davon, dass er ein echter Dämonenjäger ist, nachdem er ihr die Beschwörungsformel des Dämonenjägers gezeigt hat. Dann bietet er der Gruppe an, mit ihm nach York vorzugehen und sie stimmen zu. Nachdem er gegangen ist, sagt Vivian zu Hao Ren, dass sie ihm immer noch nicht ganz traut und dass sie ihn gut im Auge behalten müssen. Sie glaubt, dass Nang Gongs Ziel ihr neuer Mieter sein könnte. Am nächsten Morgen steigen sie alle in einen Zug nach York fort. Unterwegs stoßen sie auf ein Nachrichteninterview mit einem Mann namens Angus, der ausführlich über seine Begegnung mit den geisternden York fortberichtet. In diesem Moment treffen sie auf eine Jagdgesellschaft, die Nang Gongs Aktenkoffer aus dem Weg räumen will. Aber keine Sorge, Leo Lilly hebt sie einfach auf, als wäre sie eine Feder, obwohl sie wahrscheinlich schwerer ist als ein Berg. Nang Gong erklärt, dass es eine Jagdausrüstung ist. Vivian hingegen wendet sich an Hao Ren und erklärt ihm, dass ein wahrer Dämonenjäger all diese Werkzeuge nicht braucht, was sie zu dem Schluss kommen lässt, dass Nang Gong ein gewöhnlicher Mann ist. Als die Gruppe York fort erreicht, machen sie sich auf den Weg zum Gasthaus, wo sie Angus treffen. Angus teilt ihnen mit, dass alle Zimmer belegt sind, aber er wird sein Bestes tun, um ein Zimmer für sie zu finden. Nach einiger Zeit gelingt es Angus, zwei Zimmer für seine Gäste vorzubereiten. Die Mädchen gehen zuerst, dass da Leo Lilly bereits schläft. Nachdem er auf einem Papier unterschrieben hat, bekommt Nang Gong einen Schlüssel für ein weiteres Zimmer, in dem er und Hao Ren wohnen werden. Nang Gong bittet Angus um die Karte des Schlosses, doch dieser erklärt ihm, dass es die Karte nicht gibt. Angus erklärte weiter, dass die Menschen vor vielen Jahren vor dieser Burg gewarnt wurden. In der Burg fand ein Aufstand statt, bevor sie verlassen wurde. Die Soldaten, die in den geheimen unterirdischen Tunneln festgehalten wurden, starben und verwandelten sich in Geister. Um sich zu rächen, nahmen die Geister die Schatzsucher gefangen. Der erste Adlige von Yorkford hatte viele unterirdische Gänge voller Fallen gebaut, um seinen Schatz vor der Außenwelt zu schützen. Nach seinem Tod nahm sein ältester Sohn alles an sich und seine beiden anderen Söhne begannen eine Rebellion. Schließlich fanden die drei Brüder ihr Ende in der Burg. Als Hao Ren Vivian über alles informiert, verrät sie ihm, dass sie vor einiger Zeit ihre Fledermäuse zum Schloss geschickt hat und diese den Geruch von Geistern wahrgenommen haben, sodass die Geschichte über die Geister wahr sein könnte. Später in seinem Zimmer bemerkt Hao Ren einen Fotorahmen mit dem Bild eines Mädchens in Nangongs Händen. Nangong ist beleidigt, als Hao Ren versucht, ihn zu berühren und enthüllt, dass es ein Foto seiner Schwester ist. Er verrät auch, dass seine Schwester keine Dämonenjägerin ist und während er noch mehr über sie ausplaudert, schläft er ein. In der Zwischenzeit erklärt sich Angus bereit, die andere Jagdgesellschaft zum Schloss zu bringen und Nangong bemerkt sie schon von Weitem. Mitten in der Nacht, während die Welt noch schläft, weckt Vivian Hao Ren unsanft auf und macht ihn darauf aufmerksam, dass Nangong bereits zum Schloss aufgebrochen ist. Sie kehren in Vivians Zimmer zurück, nur um festzustellen, dass Leo Lillys Schlafgewohnheit sich in ein Katastrophengebiet verwandelt hat. Nun aber zurück zu Angus, der die Jagdgesellschaft vor dem Schloss warnt. Währenddessen kanalisiert Nangong seinen inneren Actionhelden und reitet auf ihrem Auto. Vivian hingegen trägt Hao Ren und fliegt zum Schloss, während Leo Lilli zu Fuß dorthin reist, natürlich in ihrer Wehrwollsform. Beim Laufen schläft Leo Lilli ein und stößt gegen einen Felsen. Dieser Felsen war zufällig der Eingang zu einer geheimen Höhle im Grunde einer Abkürzung zum Schloss. Nach einem langen Kampf im Geheimgang konnte das Trio endlich das Schloss erreichen. Sie bemerkten die andere Jagdgruppe, die auf der anderen Seite nach dem Schatz suchte. Währenddessen machten sie sich selbst auf die Suche nach dem Pächter und stießen auf eine Kirche, aus der sie seltsame Stimmen hörten. Unsere Gruppe musste sich verstecken, weil die andere Gruppe in dieses Gebiet gekommen war. Es klang ihnen jedoch, sie mit Hilfe ihrer Kräfte zu verscheuchen. Die Gruppe betrat dann die Kirche und stieß in der Kirche auf einen geheimnisvollen Reifen, der unter einer Fliese versteckt war. Leo Lilli zieht daran und siehe da, ein Geheingang wird sichtbar. Dieser Gang soll sie anscheinend zu ihrem neuen Mieter führen. Die Gruppe geht in den Gang hinein und findet einen riesigen unterirdischen Tunnel. Leo Lilli führt sie zu einem Ort, an dem sie Menschen riechen kann. Währenddessen führt Nangong seine eigenen Nachforschungen durch und findet ebenfalls seinen Weg zum unterirdischen Tunnel. Zurück zu How Rents Gruppe, die sich nach der Erkundung des Tunnels ausruhen will. Aber schon bald ist es Zeit für unsere Gruppe, eine Verschnaufpause einzulegen. Sie hören wieder Stimmen. Ernsthaft, können die sich nicht mal eine Pause gönnen? Und die Neugierde überkommt sie. Sie folgen den Geräuschen und stoßen auf Angus, der offensichtlich auf der Suche nach etwas ist. Sie beschließt, die Gruppe als Geister zu verkleiden, um Angus zu verscheuchen und wisst ihr was? Es funktioniert wie ein Zauber. Danach stieß unsere Gruppe auf eine Wand, in der seltsame Buchstaben eingraviert waren. Vivian erzählt ihnen, dass es sich dabei um die Runenbuchstaben handelt, mit denen das Böse unterdrückt werden soll. Sie berührt die Wand und sie beginnt zu leuchten. Doch dann regnen Pfeile von oben herab. How Rents steht auf, beschützt sie und sie schaffen es, sich in Sicherheit zu bringen. Vivian glaubt, dass die Pfeile, mit denen sie gerade konfrontiert wurden, ein automatischer Mechanismus sind, der jeden tötet, der versucht, das Böse zu befreien. Plötzlich beginnt der Boden zu bröckeln und ein großer Felsbrocken rollt auf sie zu. Die Gruppe beschließt, an der Wand zu bleiben, um ihm auszuweichen, aber Leo Lilly fing an, ihn zu jagen, denn laut Vivian ist das das, was Hunde tun. Sowohl How Rents als auch Vivian mussten Leo Lilly folgen. Bald darauf tappt Leo Lilly in eine Falle. Kurz bevor sie auf den Boden aufschlägt, stürzt sich Vivian wie eine Superheldin auf sie und rettet sie. How Rents lässt sich nicht lumpen und schließt sich ihnen mit einem Knall an. Jetzt befinden sie sich in einem Raum voller Schätze und Essen. So scheint es zumindest. Es ist alles nur eine hinterhältige Illusion. Also ich wäre sauer, wenn mein Essen nun Illusion ist? Als die Gruppe weiterging, begannen sich die Wände um sie herum zu bewegen. Als Leo Lilly versuchte, ihre Kräfte einzusetzen, scheitert sie, weil die Wände ihre und Vivians Kräfte unterdrücken. How Rents sagt den Mädchen, sie sollen ruhig bleiben. Er werde einen Ausweg finden. Als er die Wände berührte, bewegten sie sich nicht mehr. Auch die beiden Mädchen bekamen ihre Kraft zurück. In der Zwischenzeit ist Nangong durch dieselben Fallen gegangen, die auch unsere Gruppe vor einiger Zeit erlebt hat. Andererseits beschließt die Gruppe, sich auszuruhen, da sie schon zu lange gelaufen ist. Aber oh weh. Da kommen die Geister vergangener Ritter und erheben sich aus dem Boden. Zeit zu fliehen. Einer der Ritter versucht, Leo Lilly anzugreifen, aber sie besiegt ihn schnell und stiehlt sein Schwert. Vivian versperrt den Weg, auf dem die Ritter sie erreichen könnten. Die Gruppe bemerkte etwas, das auf dem Schwert stand. Es lautete, schlaflose Krieger, die den magischen Steinen im Bund bewachen, vertreiben die Eindringlinge. Vivian erkannte, dass die Geister im Inneren des Schlosses nicht die Geister der Gefangenen waren. Und die magischen Steine waren wie die Medien der Dämonen, eher wie Dämonen-Handys. Mit diesen bösen Jungs kann man Dämonen beschwören. Die Geister sind also eigentlich die Wächter, die darauf achten, dass das Siegel nicht gebrochen wird. Und gerade als man denkt, dass es nicht noch verrückter werden kann, entdecken sie einen angeketteten magischen Stein über ihren Köpfen. Die Ritter sind zurück für Runde 2. Kurz bevor sich unsere Gruppe auf den Kampf gegen die Ritter vorbereitet, werden diese von einem Haufen Pfeile angegriffen. Überraschung, Überraschung, es ist Nangong. Er versucht, mit einem Vertrauensvorschuss zu protzen, aber er stürzt sofort wieder auf den Boden und hat einen nicht ganz so eleganten Auftritt. Ups. Jedenfalls steht er sofort wieder auf und hält die Ritter mit seiner Magie auf. Als er eine Lücke sieht, greift er sie mit seinen Pfeilen an. Die Ulili schließt sich ebenfalls der Koban und greift die Ritter an. Währenddessen stellt Vivian ihre Kräfte wieder her, um sich auf den Kampf vorzubereiten. Vivian entfesselt ihre Magie auf die Ritter, aber oh nein, ihr Angriff trifft stattdessen den magischen Stein. Drehung der Geschichte. Der magische Stein saugt ihre Kraft auf und öffnet einen Weg. Meteoriten regnen auf das Schloss herab und verwandeln es in ein bröckelndes Katastrophengebiet und wie aus dem Nichts kommt ein kolossaler Dämon vom Himmel herab und schnappt sich Nangong und Hao Ren. Vivian und Lily beschließen ihm zu folgen. Bald darauf landet der Dämon auf dem Boden und verlässt Hao Ren und Nangong. Als Vivian sich bereit macht, den Dämon zu bekämpfen, erscheint ein roter Mond am Himmel. Die Ulili bricht zusammen, als sie ihn sieht. Zu ihrer Überraschung entpuppt sich der Dämon als ihr neuer Mieter und ihr Auftrag ist erfüllt. Ihr neuer Dämonenkumpel stellt sich als Isaks vor und will unbedingt den Leasingvertrag mit Hao Ren unterzeichnen. Liu Lily hat bereits Freunde gefunden, aber Hao Ren macht sich Sorgen um die Ritter, die immer noch in der Burg gefangen sind. Isaks beruhigt ihn jedoch und vernichtet die Burg mit einem Meteoritenschauer. Problem gelöst. Vivian scheint Isaks nicht besonders zu mögen, aber als er ihre Kräfte lobt, kennt sie ihn zu mögen. Plötzlich hört die Gruppe Stimmen aus dem Schloss und macht sich Sorgen erwischt zu werden, aber auch dafür hat Isaks eine Lösung. Er war bereit, das Schloss mit einem weiteren Meteoriten vollständig zu zerstören, doch Hao Ren hält ihn auf und sagt ihm, er solle sich in seine menschliche Gestalt verwandeln. Er will die kleinen und verwandelt sich. Am nächsten Morgen besucht Hao Ren Raven und erzählt ihr, dass Isaks immer versucht, Probleme mit seinen Meteoren zu lösen. Außerdem gibt er zu viel Sojasoße in seinen Reis. Frechheit. Es stellt sich heraus, dass Isaks tatsächlich aus dem Weltraum kam und Hao Rens Aufgabe darin bestand, mit Hilfe des magischen Steins ein Portal für ihn zu öffnen. Raven erzählt Hao Ren, dass Isaks in seiner Welt ein Dämonen-Tycoon war, aber in seinem Geschäft gescheitert ist und von anderen betrogen wurde. Sie versichert Hao Ren, dass Isaks der von ihrem Aufseher ernannte Pächter ist und sagt ihm, dass er gut auf ihn aufpassen muss. Das glaube ich auch nicht, dass noch Meteoriten sein Haus kaputt machen, Freunde. Später verwandelt Vivian das Lagerhaus von Hao Ren in ihr Zimmer und unser Junge ist überrascht, als er die Verwandlung sieht. Vivian hatte beim Einrichten des Zimmers eine Metallplatte gefunden, auf der etwas geschrieben stand. Hao Ren offenbart ihr, dass er es als Kind gefunden hatte. Er erinnerte sich daran, dass er es in der Traumdimension gefunden hatte und fragte sich, wie er wieder in die Traumdimension gelangen könnte. Nachdem sie den Inhalt der Metallplatte untersucht hat, stellt Vivian fest, dass sie für ein Opferritual verwendet werden muss. Plötzlich erhält Hao Ren einen Anruf und erfährt, dass Isaks von der Polizei gefasst wurde. Hao Ren macht sich daraufhin auf, um ihn abzuholen. Nachts wacht Liu Lilly aus dem Schlaf auf und ihre Augen sehen ein wenig seltsam aus. Sie schafft es, Rolly zu erschrecken und schläft wieder ein. Darf ich mir das jetzt so vorstellen, wie die Katzen immer wegfliegen, wenn sie sich erschrecken? Egal. Am nächsten Tag begegnet Hao Ren einem Mädchen, das auf der Straße singt. Sie hält ihren Hut für spendenbereit, aber ratet mal. Unser Mann hat seine Brieftasche zu Hause vergessen. Das Mädchen findet ihn sehr knauserig. Hao Ren trifft sich mit Raven, der einen brandneuen Auftrag für ihn hat. Ihr neuster Mieter sollte von einem interstellaren Lieferservice per Hand auf die Erde gebracht werden, aber dieser hat es vermasselt und die Fracht auf einem 895 Lichtjahre entfernten Planeten abgesetzt. Jetzt ist es Hao Rens Aufgabe, die lange Reise anzutreten, um den Mieter persönlich abzuholen. Natürlich fängt Hao Ren an, sich zu beschweren, aber Raven erinnert ihm daran, dass diese verrückten Missionen zum Job eines Prüfers dazugehören. Sie stellt ihm den Planeten Kuiper vor und verspricht, seine Weltraum-Teleportfunktion für einen Raketenflug zu verbessern. Da der Planet größtenteils von Wasser bedeckt ist, hat Raven außerdem einen Meeresexperten für ihn vorbereitet. Der Meeresexperte kommt herein und zu seiner Überraschung ist sie das Mädchen, das er vorhin auf der Straße getroffen hat. Raven offenbart Hao Ren, dass das Mädchen auch seine neue Mieterin ist. Das Mädchen heißt Nangong Wu Ye und Hao Ren stellt sie zu Hause dem Rest der Gruppe vor. Wu Ye offenbart allen, dass sie eine Ausgestoßene ist, da ihre Mutter eine Sirene ist, sie aber an Land aufgewachsen ist. Wenn du dir den Kopf darüber zerbrichst, was eine Sirene ist, hat Raven eine Lösung für dich. Sie sind eine uralte, ausgestoßene Rasse, die normalerweise in der Tiefsee lebt und an Land sind sie äußerst selten. Oh, und hier ist eine interessante Tatsache über sie. Sirenen sind eine rein weibliche Rasse, die sich durch geheime Zeremonien fortpflanzt. Nach ihrem Vortrag beschloss Vivian etwas zu kochen, da Wu Ye hungrig war. Während des Mittagessens erzählt Hao Ren der Gruppe von ihrer neuen Mission. Isaacs möchte mitkommen, da er alles über den Weltraum weiß. Lio Lily möchte auch mitkommen, aber ihr Bauch tut weh, also sagt Hao Ren ihr, sie solle sich ausruhen. Nachts wacht Hao Ren auf, um Wasser zu trinken und wird von Wu Ye angesprochen, die ihn fragt, was für eine Art von Gruppe sie sind. Hao Ren erklärt ihr, dass sie nur Gelegenheitsarbeiter aus dem Weltraum in ihrem Land seien. Am nächsten Morgen befördert Hao Rens Terminal ihn, Isaacs und Wu Ye zur Kupia Station. Dort treffen sie auf ihren Stationsführer, der sie zu ihrem reservierten Raumschiff führt. Nachdem sie an Bord gegangen sind, stellen sie fest, dass sie die einzigen Passagiere sind. Es stellt sich heraus, dass sie in ein kleineres Flugzeug umsteigen werden, das näher an ihrem Ziel liegt. Sie lernen den Kapitän des Schiffes kennen, der sie zu ihrem Ziel führen wird. Um die Zeit totzuschlagen, beginnt die Bande ein Kartenspiel, aber irgendetwas stimmt nicht. Trotz der wahnsinnigen Geschwindigkeit der Rakete bleibt die Landschaft statisch und langweilig. Plötzlich wird ihnen gesagt, dass es Zeit ist, in das kleinere Flugzeug umzusteigen, doch das Raumschiff beginnt zu wackeln und der Kapitän verkündet, dass der stärkste Konkurrent ihres Raumschiffs gerade versucht hat, sie hinter sich zu lassen, wodurch es ins Wanken gerät. Das feindliche Schiff gab immer noch nicht auf. Unsere Gruppe stürzte sich daraufhin auf ihr kleineres Luftschiff, aber oh weh, was ist das? Hao Rens gerät hatten nicht die Berechtigung, die Luke zu öffnen, die sie brauchen, um an Bord des kleineren Schiffes zu kommen. Da Isaacs keine andere Möglichkeit blieb, beschloss er, die Tür mit seiner Kraft zu öffnen. Er verwandelt sich in seine Dämonenform und schafft es, ihnen den Weg zu öffnen. Unsere Gruppe steuert dann direkt auf ihr Ziel zu, sie landen direkt im Wasser und Hao Ren verlässt schließlich das Schiff. Gerade als er dachte, er würde sterben, sah er eine Sirene vor sich. Als Hao Ren seine Augen öffnet, befindet er sich in der Traumdimension. Sein Gerät informiert ihn darüber, dass die geistige Instabilität durch das Ertrinken ihn wieder in die Traumdimension gebracht hat. Er verrät auch, dass er in der realen Welt von Vuille vor dem Ertrinken gerettet wurde. Als Hao Ren nach draußen geht, sieht er zwei Gruppen von Wehrwölfen, die gegeneinander kämpfen. Hao Ren unterbricht den Kampf und verscheucht die feindliche Wehrwolfgruppe. Der Anführer erinnert sich an Hao Ren vom letzten Mal, als er dort war. Der Anführer der Wehrwölfe ist nicht sehr erfreut und murmelt etwas von Mitleid, aber Hao Ren versichert ihm, dass er niemanden bevorzugen würde. Er wolle nur helfen. Die Wehrwölfe fragen Hao Ren nach dem Zahnarzt und er verspricht, dass er ihn bei seinem nächsten Besuch zu ihnen bringen wird. Dann zeigt Hao Ren dem Anführer seine Metallplatte. Er erzählt Hao Ren, dass die Sprache, die darauf geschrieben steht, für Segnungen und Rituale verwendet wird. Er verrät, dass ein alter Mensch ihm diese Sprache beigebracht hat. Hao Ren fragt ihn nach weiteren Verwendungsmöglichkeiten dieser Sprache. Gerade als der Anführer das Geheimnis lüften will, wird Hao Ren in die reale Welt zurückgeholt. Er wacht auf und findet Vuille und Isaacs vor sich. Hao Rens Gerät zeigt ihm daraufhin eine Karte des Planeten und weist auf zwei Orte hin, an denen sich ihr Mieter befinden könnte. Die Gruppe begibt sich daraufhin zum ersten Ort. Zu Hause hat Leo Lilly während des Abendessens einen weiteren spontanen Einschlafanfall. Vivian ist besorgt, aber Lilly erwacht wieder zum Leben und verwandelt sich. Als sie sich gerade aus dem Staub machen will, wird sie von Vivian daran gehindert zu fliehen. Als Hao Ren und die anderen den Ort erreichten, stießen sie auf die Überreste des Raumschiffes, das dort abgestürzt war. Sie untersuchten das Raumschiff, aber es befand sich niemand darin. Das Gerät teilte der Gruppe mit, dass sich der Mieter höchstwahrscheinlich im Frachtraum des Raumschiffs befand und dieser Teil des Raumschiffes, auf den sie stießen, keinen Frachtraum besaß. Die Gruppe beschloss dann zum zweiten Ort zu gehen, der sich im Wasser befand. Vuille sprang ins Wasser, da sie dort die Überreste des Raumschiffes untersuchen wollte. Sie verwandelte sich in eine Meerjungfrau und nimmt Hao Ren mit sich fort. Hao Ren dachte, er würde sterben, aber dank Vuille konnte er noch atmen, aber wie? Nun, sie konnte das Wasser um sie herum nach ihrem Willen manipulieren. Bald darauf versucht ein außerirdischer Hai sie anzugreifen, aber Vuille verscheucht ihn, indem sie sich in einen Oktopus verwandelt. Sie überrascht Hao Ren noch mehr, als sie sich in eine Gottesanbeterin verwandelt. Die beiden begeben sich dann zu dem Ort, an dem sie weitere Überreste des Raumschiffes finden. Vuille hat es mit einer Schutzbarriere abgedeckt. Im Inneren fanden sie niemanden, allerdings hat Vuille ein Ei in die Hände bekommen und auch einige Babyartikel gefunden. In der Zwischenzeit setzt sich Hao Ren mit Raven in Verbindung, um sie über die Situation zu informieren. Sie bittet ihn, ihr den Ort zu zeigen und als sie das Ei entdeckt, verrät sie, dass es sich um ihren neuen Mieter handelt. Vuille hat das Ei fallen lassen, aber zum Glück ist es nicht zerbrochen. Glück gehabt. Die beiden gingen dann auf das Land und trafen sich mit Isaac wieder. Raven kommt ebenfalls dort an. Sie erzählt der Gruppe, dass das Ei, das sie gerade geholt haben, das Ei einer Meerjungfrau aus einem anderen Universum ist. Auf diesem Planeten fand eine Apokalypse statt, die ihn zum Einsturz brachte. Das Ei ist das einzige Leben, das von diesem Planeten übrig ist. Hao Ren macht sich Sorgen, ob sie in der Lage sind, ein so wertvolles Ei zu pflegen, aber Raven beruhigt ihn, dass das Ei robuster ist, als es aussieht und dass Vuille, die viel mit ihm gemeinsam hat, das schon schaffen wird. Die Gruppe machte sich dann schnell auf den Heimweg. Die Gruppe ist schockiert, als sie ihr Haus von innen zerstört sieht. Sie sehen Vivian, die Leo Lily eingeschränkt hatte. Sie erzählt der Gruppe, dass Leo Lily sich seltsam benommen hat und nicht auf sie hört. Leo Lily befreit sich und stürzt sich auf das Ei. Sie wurde jedoch von Isaacs aufgehalten. Hao Ren wollte sie mit dem Gerät nach Raven teleportieren, aber da Leo Lily sich sehr instabil verhielt, war es nicht sicher, sie dort hinzubringen. Aber keine Angst. Isaacs, unser hauseigener Problemlöser, tritt auf den Plan. Er beschließt einen magischen Kreis aus Sojasauce auf den Boden zu malen und transportiert die Gruppe nach Raven. Raven unterstützt Leo Lily und versucht sie zu beruhigen, aber sie verliert bald die Kontrolle und versucht Raven anzugreifen. Raven schnippt ihr jedoch gegen die Stirn, woraufhin Leo Lily in Ohnmacht fällt und sich wieder in ihre menschliche Gestalt zurückverwandelt. Raven erklärt der Gruppe, dass sie kurz davor stehe, eine neue fantastische Fähigkeit zum Heulen zu erwecken, aber zuerst müsse sie sich die Pfoten mit einer kleinen Wolfsumwandlung schmutzig machen. Kurz gesagt, sie wird sich für eine Weile in einen Wolf verwandeln. Als Hao Ren erfährt, dass Leo Lillys Rasse empfindlich auf Mondlicht reagiert, erinnert er sich, dass Vivian im Schloss einen roten Mond beschworen hatte. Raven bittet Hao Ren, Leo Lily in das Zentrum zur Verbesserung ihres Geistes zu bringen, um sie zu stabilisieren. Leo Lily ist wieder auf ihren zwei Beinen und fühlt sich wieder wie sie selbst. Hao Ren beißt die Gruppe an, nach Hause zu gehen, während er sich mit Raven unterhält. Raven sagt Hao Ren, dass er seine Berichte über die Aufnahme neuer Mieter in England und auf dem fremden Planeten vorlegen muss. Sie erklärt Hao Ren auch, dass Leo Lillys nächster Ausbruch in der Nacht des nächsten Vollmonds stattfinden wird und das war zufällig der nächste Tag. Leider war Ravens Terminkalender voll und sie überließ diese Aufgabe Hao Ren. Am nächsten Tag bringt Hao Ren alles Notwendige für Leo Lily mit und Vivian bereitet eine spezielle Formel für sie vor. In der Nacht macht sich die Gruppe auf den Weg und schlägt ihr Lager auf. Einige Zeit später schlafen alle ein außer Leo Lily, die hinausgeht und sich verwandelt. Nachdem sie ihr Heulen gehört hat, wacht die Gruppe auf und geht hinaus, um nach ihr zu sehen. Leo Lily verwandelt sich in einen riesigen Siberian Husky. Glücklicherweise verliert sie nicht die Kontrolle und bleibt ruhig. Vivian gab Leo Lily dann die spezielle Formel, die sie zum Schlafen bringen sollte. Die Wirkung war jedoch das Gegenteil, da Leo Lily in die Stadt rannte anstatt zu schlafen. Die Gruppe ist ihr ebenfalls gefolgt. Vivian gelingt es, Leo Lily aufzuhalten und Hao Ren versucht, sie zu beruhigen. Es funktioniert jedoch nicht. Dann schreitet Vuille ein, verwandelt sich in ihre Meerjungfrauenform und beginnt zu singen. Das hilft Leo Lily, sich zu beruhigen. Bald darauf verwandelt sich Leo Lily zurück in ihr menschliches Ich. Auf dem Rückweg nach Hause wird Hao Ren von zwei mysteriösen Männern namens Kasa und Yuen angegriffen. Leo Lily wacht an einem fremden Ort auf und es stellt sich heraus, dass sie von den beiden Männern, die in Hao Rens Haus eingedrungen sind, entführt worden ist. Kasa und Yuen, ihre Entführer, versuchen zu erklären, dass sie sie hierher gebracht haben, um ihr zu helfen, weil sie von der Blutsekte verzaubert wurde. Aber ehrlich gesagt interessiert sich Leo Lily nur dafür, wann ihre nächste Mahlzeit kommt. Die könnten mit mir verwandt sein, Freunde. Sie bemerken eine von Vivians Fledermäusen in der Nähe von Leo Lily und verjagen sie, da sie glauben, dass ihr Aufenthaltsort jetzt aufgedeckt werden könnte. Zurück zu Hause wacht Hao Ren auf und hat sofort eine Ahnung von Leo Lillys Verschwinden. Er erzählt es dem Rest der Bande. In diesem Moment hat Vivians Fledermaus einen dramatischen Auftritt und es wird klar, dass ihre übernatürlichen Sinne auf mysteriöse Weise blockiert wurden. Hao Ren nimmt die Hilfe dieses Geräts in Anspruch und die Gruppe erfährt, dass Leo Lily irgendwo in einem Stahlwerk war. Die Gruppe beschließt daraufhin, sich dorthin zu begeben. In der Zwischenzeit hatte Yuen seine Magie auf das Gebäude angewendet und darauf hingewiesen, dass jeder, der versuchten, das Gebäude einzubrechen, auf der Stelle sterben würde. Als Vivian und Hao Ren sich auf den Weg zu dem Gebäude machten, spürte Vivian, dass eine ihrer Fledermäuse in Gefahr war, als sie sich dem Gebäude näherte. Als sie am Ort des Geschehens ankommen, bemerken sie schwarzen Nebel, der das Gebäude bedeckt. Vivian ist nicht in der Lage, die Magie zu neutralisieren und glaubt, dass Hao Ren in der Lage sein könnte, sie zu neutralisieren. Er sagt Vivian, sie solle ihn mitnehmen, doch Yuen, die andere Hälfte des dynamischen Werwolf-Duos hat andere Pläne. Er macht einen auf Teen Wolf und verwandelt sich in einen vollwertigen Werwolf. Es ist ein pelziger Showdown. Vivian setzt Hao Ren an einem sicheren Ort ab und beauftragt, ihn nach Liu Lilly zu suchen, während sie gegen Yuen kämpft. Hao Ren erreicht auf der Suche nach Liu Lilly ein Lagerhaus und wird dort von Kasa angegriffen. Hao Ren versucht zu fliehen, aber Kasa ist zu schnell. Er erreicht Hao Ren überall, wo er hingeht und greift ihn an. Hao Ren gelingt es jedoch, ihn abzulenken, bevor er sich auf die Suche nach Liu Lilly macht. Es gelingt ihm, sie zu finden und sie aus dem Schlaf zu wecken. Als sie gerade gehen wollen, taucht Kasa wieder vor ihn auf, aber halt! Vivian kommt mit einem Knall herein, denn sie hat Yuen besiegt. Hao Ren will nicht, dass sich jemand streitet und verrät Liu Lillis Mieterstatus. Er besteht darauf, dass es keinen Grund gibt, warum Werwölfe und Mitglieder der Blutsekte nicht beste Freunde sein können. Kein Schaden, kein Faul, richtig? Die Brüder erklärten dann, dass der Tag der Prophezeiung vor der Tür stehe. Es ist der Tag, an dem eine Prophezeiung von den Sirenen geschickt wird, dass alle Ausgestoßene ihre Kraft wiedererlangen werden. In diesem Moment werden sie von einem Team von Dämonenjägern umzingelt. Die Anführerin der Dämonenjäger verschwendete keine Zeit und befahl ihren Truppen, unsere Gruppe anzugreifen, aber sie wussten offensichtlich nicht, dass sie es mit dem A-Team der übernatürlichen Wesen zu tun hatten. Hao Ren, der schnelle Denker, der er ist, beschwor, einen Schild, um alle vor dem ankommenden Ansturm zu schützen. Bumm! Abgeschirmt wie Superhelden. Als draußen einer von ihnen Hao Ren angreift und nach seiner Rasse fragt, versucht unser Junge, sie davon zu überzeugen, dass er ein Mensch ist und nicht zu den Ausgestoßenen gehört. Doch die Dämonenjägerin kauft ihm das nicht ab. Sie konnte riechen, dass an ihm etwas faul war oder, sollte ich sagen, etwas übernatürlich Faules? Menschen bewegen sich einfach nicht so schnell und haben nicht die Ausdauer, die Hao Ren hatte. Hao Ren kann die Dämonenjägerin überwältigen und schlägt sie erfolgreich K.O., dann macht er sich auf den Weg zum Rest der Gruppe. Währenddessen hatte Kasa in der anderen Ecke des übernatürlichen Showdowns keine gute Zeit. Er hat sich bei dem Kampf mit den Dämonenjägern ziemlich verausgabt. Jun, der beschützende jüngere Bruder, sah rot und war bereit, sich für Kasas Verletzungen zu rächen, doch bevor er sich rächen konnte, versetzte ihm der Anführer der Dämonenjäger einen durchdringenden Schlag. Als der Anführer Kasa zwingt, das Geheimnis zu lüften, treffen Hao Ren und Liu Lili am Tatort ein und halten Kasa gerade noch rechtzeitig auf, damit er dem Druck des Anführers nicht nachgibt. Liu Lili gelingt es, die Gruppe an einen sicheren Ort zu bringen, weg von den Dämonenjägern. Kasa glaubt, dass ihre Aktionen von den Dämonenjägern bemerkt wurden und sie sich ihnen deshalb genähert haben. Auch Isaks und Vuille schließen sich dem Rest der Gruppe an. Vuille bemerkt Juns Verletzungen und heilt ihn mit ihrer Heilmagie. Kasa setzte seine Erzählung über den Tag der Prophezeiung fort. Nachdem die Ausgestoßenen ihre Kräfte wiedererlangt haben, werden die Dämonenjäger zurückgehen. Für den Tag der Prophezeiung versammeln sich alle Ausgestoßenen mit Mitgliedern ihrer Art. Kasa erklärt ihnen weiter, dass sie Liu Lili entführt haben, um sie für das bevorstehende Ereignis zu ihrem Clan zurückzubringen. In diesem Moment treffen einer der Dämonenjäger und sein Anführer ein und unsere Gruppe bereitet sich auf den Kampf mit ihnen vor. Der Anführer versucht Isak anzugreifen, aber unser Dämon lässt sich davon nicht beeindrucken. Isak erschreckt den Anführer und er versucht wegzulaufen, aber unser Dämon hält ihn auf und schlägt ihm auf die Stirn, um ihn zu überzeugen, mit ihnen zu reden, anstatt Gewalt anzuwenden. Aber der Anführer ist niedergeschlagen und nicht mehr in der Lage zu reden. Hauran hatte Raven bereits einen groben Bericht über alles gegeben und sie beschlossen zu gehen. Die beiden Brüder wollten ebenfalls aufbrechen, aber Liu Lili beschloss, bei Hauran und der Gruppe zu bleiben. Als unsere Gruppe sich entspannte, weil sie glaubte, endlich eine Pause einlegen zu können, hatte ein anderer Dämonenjäger einen dramatischen Auftritt und nahm Vuilleu als Geisel. Diesem neuen Gegner ging es nur um ein Druckmittel und er verlangte die Brüder im Austausch für Vuilleus sichere Freilassung, doch die waren schon weg. Interessanterweise tauchte Nangong dort auf und wollte, dass der andere Dämonenjäger ihm Vuilleu übergab und sie im Gegenzug ihren Anführer bekam. Sie stimmte diesem Handel zu und ging, nachdem sie ihren Anführer mitgenommen hatte, doch die beiden tappten in die Falle und wurden im Wald angegriffen. Hier eine weitere Wendung der Geschichte. Vuilleu und Nangong waren Geschwister. Ja, du hast richtig gehört. Unsere Bande gönnt sich endlich eine Verschnaufpause in ihrem Haus, aber sie haben einen Gast in Form von Nangong, der seine Verbindung zu Vuilleu noch nicht erklärt hat. Das Bild, das Hauran in England gesehen hat, war in Wirklichkeit von Vuilleu. Sie mag es nicht, dass ihr Bruder sie so beschützt und besessen von ihr ist. In der Vergangenheit war er ihr die ganze Zeit gefolgt, was ihr Unbehagen bereitete. Nangong hingegen versuchte, sein Stalker-Verhalten zu rechtfertigen, indem er erklärte, dass Vuilleu, wohin sie auch ging, wie ein Schatten von Problemen verfolgt wurde. Er hielt es für seine Pflicht, ein wachsames Auge auf sie zu haben und sie vor jeder Gefahr zu schützen, doch Vuilleu schätzte zwar seine Besorgnis, bat aber freundlich um etwas mehr persönlichen Freiraum und weniger verdeckte Überwachung. Als Hauran Nangong fragt, ob er auch eine Sirene ist, erklärt er Hauran, dass er ein reiner Dämonenjäger ist, da ihr Vater auch einer war. Hauran ist verwirrt, aber Vuilleu erklärt ihm, dass nur die weiblichen Nachkommen zu Sirenen werden, wenn eine Sirene jemanden von einer anderen Spezies heiratet. Vuilleu erzählte der Bande, dass ihre Eltern verschwunden waren und sie sie nirgendwo finden konnten. Außerdem erzählte sie allen, dass Nangong niemals einen Ausgestoßenen verletzen oder gar Informationen über sie an die Dämonenjäger weitergeben würde. Da beschloss Hauran, ihm sein Geheimnis zu verraten, dass er Ausgestoßene zu seinen Mietern machte. Andererseits kommt die Wahrheit heraus, dass Lio Lili kein Wolf, sondern ein Husky ist und sie kann es nicht glauben. Vivian führt einen Bluttest an ihr durch, indem sie ihr Blut trinkt. Dabei erfährt sie, dass sie nicht nur ein Husky ist, sondern dass ein Sechzehntel ihres Blutes dem Königshaus gehört. Lio Lili wird wütend auf sie, weil sie glaubt, dass Vivian sie austrickst und beide geraten in einen Streit. In diesem Moment klingelt es an der Tür. Als Nangong die Tür öffnet, sieht er Kasa und Yuen vor sich. Die beiden Brüder halten sich von Nangong fern, da er ein Dämonenjäger ist. Hauran versucht sie zu beruhigen und versichert ihnen, dass Nangong kein schlechter Dämonenjäger sei. Als die drei in einem Kampf verwickelt werden sollen, hält Ysak sie auf. Später enthüllen die Brüder das Motiv ihres Besuchs. Sie wollen die Gruppe einladen, sich ihnen anzuschließen, da sie alle Ausgestoßene sind und ihre Kräfte bündeln müssen. Die Gruppe war nicht wirklich interessiert, aber als Kasa einen goldenen Ziegelstein hervorholte, begannen Vivians Augen bei diesem unwiderstehlichen Angebot zu leuchten. In diesem Moment geht das Licht aus und die Gruppe erfährt, dass sie kein Wasser mehr haben und auch der Herd nicht mehr funktioniert. Hauran stellt fest, dass sie die Rechnung nicht bezahlt haben und auch auf seinem Bankkonto nichts mehr vorhanden ist. Hauran wird depressiv, schließt sich in seinem Zimmer ein und bittet die Gruppe, ihn eine Zeit lang in Ruhe zu lassen. In der Zwischenzeit überzeugen die Brüder, die Gruppe mit ihnen zu gehen, da die Menschen und die Ausgestoßenen nicht zusammen leben können, aber die Gruppe ist fest entschlossen und will Hauran helfen, die Rechnung zu bezahlen. Am nächsten Morgen wacht Hauran auf und findet sein Haus leer vor. Währenddessen arbeitet Leo Lilly in einem Café. Vivian ist eifersüchtig darauf, dass sie so hart arbeitet und beschließt, noch härter zu arbeiten. Mouille hingegen setzt ihren Gesangsauftritt auf der Straße fort und ihr Bruder beschließt, seine Ersparnisse auszugraben, die er vor zehn Jahren auf einem verschneiten Berg vergraben hatte. Hauran besucht Raven, um sie zu bitten, ihm etwas Geld zu leihen. Sie beschließt, ihm etwas Geld zu geben, da er hart gearbeitet hat, um sich um seine Pächter zu kümmern. Sie teilt ihm auch mit, dass sie die Dämonenjäger zur Umerziehung geschickt hat und dass sie nicht glaubt, dass sie jetzt hinter ihm her sein werden. Hauran hatte noch eine letzte Frage. Er fragte Raven nach einer Verbindung zwischen den Ausgestoßenen und der Traumdimension. Sie verriet ihm, dass die meisten Ausgestoßenen aus der Traumdimension auf die Erde kommen. In der Zwischenzeit wenden sich Vivian und Isak St. Mouille, da sie ihre Hilfe bei einer Sache benötigen. Sie erwähnt, dass es nicht möglich ist, auf menschliche Weise viel Geld zu verdienen, also sollten sie sich dafür entscheiden, auf die Weise der Ausgestoßenen Geld zu verdienen. Vivian glaubt, dass sie mit ihrer Erfahrung Mouilles Fähigkeiten und Isaks Kraft viel Geld verdienen könnten. Die Gruppe macht sich dann auf den Weg zum Meer, da sie dort nach Schätzen suchen wollten. Vivian hatte viele Jahre lang eine Karte zum Schatz aufbewahrt, die nun endlich zum Einsatz kommt. Wir kehren zu Hauran zurück. Der Raven fragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, den Konflikt zwischen den Dämonenjägern und den Ausgestoßenen zu lösen. Raven glaubt, dass er die Konflikte zwischen ihnen nicht lösen kann, selbst wenn er ihr Geheimnis kennt. Sie fügt auch hinzu, dass sie nicht garantieren können, dass alle Ausgestoßenen harmlos sind. Hauran bestand jedoch immer noch darauf, dass sie ihm in irgendeiner Weise helfen sollte. Verärgert stimmte sie zu, ihn wieder in die Traumdimension zu schicken, um selbst herauszufinden, was zu tun sei. Raven warnt ihn auch vor den Nebenwirkungen des Besuchs in der Traumdimension, aber Hauran zittert bereits vor ihnen. Sie bittet ihn, ihr von seinen Symptomen zu berichten. Nachdem er den Bericht beendet hatte, machte er sich schließlich auf den Weg nach Hause. Als er das Haus betritt, stellt er fest, dass der Strom wieder da ist und auf dem Tisch leckere Mahlzeiten stehen, die auf ihn warten. Die Gruppe verrät, dass sie den ganzen Tag gearbeitet hat, um etwas Geld zu verdienen, damit sie die Rechnung bezahlen kann. Dio Lilly hat sogar einen Kuchen für alle besorgt. In der Zwischenzeit beschließen Casa und Ewan, die vor dem Haus gestanden hatten, zu gehen, da das Problem der Gruppe gelöst ist. Wir werden in die Küche von Hauran geführt, wo das Meerjungfraunei gekocht wird. Nun, ich rieche Ärger. Inzwischen hat Hauran angefangen, es zu suchen und Voyeur hat verraten, dass sie es in die Küchenschüssel gelegt hat. Auf der anderen Seite sehen wir Lio Lilly neben dem kochenden Meerjungfraunei stehen. Und das, liebe Freunde, war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf, bleibt gesund, habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!